Hi Leute, das hier ist das erste Video des Themenbereichs Gleitlager und wir wollen uns in diesem Video die Aufgabe 1 aus dem Übungsumdruck anschauen. Genau, in der Aufgabe 1 geht es erstmal um die Grundlagen der Viskosität, also der Viskosität von bestimmten Ölen. Und zwar sollen wir die Viskosität von verschiedenen Ölen mit verschiedenen Viskositätsklassen bei verschiedenen Temperaturen bestimmen. In der Aufgabe A sollen wir das zunächst rechnerrecht tun und damit wollen wir auch jetzt starten. Genau, im Skript haben wir im Prinzip dafür eine Grundformel gegeben, über die wir die dynamische Viskosität bestimmen können. Und zwar ist das die folgende Formel. Die dynamische Viskosität Eta ist gleich A mal E hoch B geteilt durch Theta plus 95 Grad Celsius. Genau, also haben wir hier im Prinzip eine Formel mit zwei Koeffizienten, dem A und dem B und unserer Temperatur, die entsprechend dann gerade vorliegt. Also für gewöhnlich wird das dann die Betriebstemperatur sein in unserer Maschine. Wollen wir jetzt die Koeffizienten bestimmen? Dafür haben wir auch die Formel im Skript gegeben. Für das A ist das einmal Eta x mal E hoch minus B geteilt durch 877 Grad Celsius. Das heißt, in dem A steckt unser B auch wieder drin. Das heißt, unser B müssen wir eigentlich dann zuerst bestimmen in der Reihenfolge. Und unser B ist eben 159,56 Grad Celsius als Konstante mal den natürlichen Logarithmus von Eta 40 geteilt durch Eta x. Eta 40 ist die dynamische Viskosität unseres Öles bei 40 Grad. Also das Öl mit der gegebenen ISO-VK-Klasse und das Eta x, das ist wiederum ein konstanter Wert, der uns auch gegeben ist im Skript mit 0,18 Millipascal Sekunden. Und weil das Milli für unsere spätere Rechnung eigentlich schadet, weil wir immer in SI-Einheiten rechnen wollen und Pascal ist eine SI-Einheit. Weil sich Pascal nämlich zusammensetzt aus entsprechend Kilogramm geteilt durch Meter pro Sekunde Quadrat. Das heißt, das hier ist im Prinzip Kilogramm pro Meter und Sekunde unser Eta x, beziehungsweise immer unsere dynamische Viskosität. Aber wir wollen einmal das Milli hier quasi eliminieren, damit wir in SI-Einheiten rechnen können. Und dann sind das 0,00018 Paskal Sekunden oder eben, wie ich gerade gesagt habe, Kilogramm pro Meter und Sekunde. Also da müsst ihr aufpassen mit der Einheit. Habe ich auch schon mitbekommen, dass hier das M eben als Meter verstanden wird und nicht als Milli. Ist mir am Anfang, glaube ich, auch selbst passiert. Da also einmal aufpassen. Genau, jetzt fehlt uns eigentlich zur Berechnung nur noch dieses Eta 40 Grad. Und das Eta 40 Grad oder die dynamische Viskosität bei 40 Grad entsprechend können wir über die kinematische Viskosität bei 40 Grad bestimmen. Der Zusammenhang ist hier der folgende, dass die dynamische Viskosität immer die kinematische Viskosität mal die Dichte unseres Öls ist. Und die Dichte, das schreibe ich auch mal hier oben hin, die ist in fast allen Fällen, zumindest was MG3 betrifft, 900 Kilogramm pro Kubikmeter. Und das ist eben auch der Grund, warum im Endeffekt diese Koeffizienten A und B, solange die Dichte konstant sind, auch konstant sind, für eine bestimmte Viskositätsklasse. Und die Viskositätsklasse, die bestimmt eben jetzt, wie hoch hier unsere kinematische Viskosität ist. Jetzt machen wir das Ganze mal am Beispiel für das Öl mit der ISO VG 32. Dann ist entsprechend unsere kinematische Viskosität bei 40 Grad per Definition bei 32 Millimeter Quadrat pro Sekunde. Und weil auch das natürlich jetzt nicht so schön ist, weil wir in SE-Einheiten rechnen wollen, rechnen wir das auch noch in SE-Einheiten um. Dann ist das entsprechend, weil Millimeter zu Meter ein Faktor 1000 sind, ein Faktor einer Million. Also kommen hier vier Nullen und dann die 32 Meter Quadrat pro Sekunde ist unsere kinematische Viskosität. Unsere dynamische Viskosität ist entsprechend dann dieser Wert mal 900 Kilogramm pro Meter Kubik. Das können wir auch hier mal aufschreiben. Dann rechnen wir das einmal beispielhaft durch eben für dieses Öl mit der Viskositätsklasse VG 32. Also unser Eta 40 hat mir gesagt, ist 0,000032 Meter Quadrat pro Sekunde mal 900 Kilogramm pro Meter Kubik. Und das ist dann, wenn wir auch die Einheiten dann entsprechend noch umformen, 0,0288 Pascal Sekunden. Das hatte ich ja eben schon erklärt, wie man auf die Pascal Sekunde kommt. Das ist entsprechend dann gekürzt und man hat sich eben darauf geeinigt, dass für die dynamische Viskosität Pascal Sekunde die entsprechende Einheit ist. Ansonsten könntet ihr ihn natürlich auch äquivalent Kilogramm pro Meter und Sekunde hinschreiben. Ist dann wie gesagt nicht ganz so schön, weil man sich eben auf diese Einheit geeinigt hat. Das B, da spare ich mir jetzt mal den Rechenaufwand und gebe euch direkt das Ergebnis. Das sind dann hier 809,79 Grad Celsius. Das kommt einfach daher, dass der Logarithmus, der ist natürlich einheitenlos. Und unser konstanter Faktor hier vor, der hat halt die Einheit Grad Celsius. Und dementsprechend hat auch unser Koeffizient B die Einheit Grad Celsius. Für unser A mache ich das jetzt mal genauso und gebe euch direkt das Ergebnis. Das ist dann in dem Fall hier 0,7145 mal 10 hoch minus 5 Pascal Sekunden. Habe ich jetzt absichtlich so komisch aufgeschrieben, weil das entsprechend immer der Größenbereich sein wird, in dem unser Faktor A oder Koeffizient A liegen wird. Habt ihr vielleicht auch in den Lösungen gesehen, im Übungsumdruck, da ist das auch so gegeben. Hat einfach den Grund, dass das immer unser Lösungsbereich sein wird. Und wenn ihr dann entsprechend hier in dem Bereich 0, irgendwas mit mal 10 hoch minus 5 seid, dann sollte das auch stimmen. Also so könnt ihr euch dann entsprechend kontrollieren, dass ihr immer diesen Faktor 10 hoch minus 5 stehen habt. Ansonsten ist euch natürlich frei, wie ihr das hinschreibt. Also schöner wäre mit Sicherheit, das in wissenschaftlicher Schreibweise zu schreiben, mit 7,145 mal 10 hoch minus 6. Aber, ja, also ich habe es mir einfach so gemerkt, dass das mit dem mal 10 hoch minus 5 mein Kontrollwert ist und hier irgendwas mit 0, stehen muss, solange man in hier normalen Viskositätsklassen unterwegs ist. Wenn es da sehr klein oder sehr groß wird, kann das natürlich abweichen. Genau, jetzt müssen wir das Ganze noch einsetzen in unserer Anfangsformel. Und wenn wir das tun, dann kommen wir hier auf 0,0817 Pascal Sekunden. Das wissen wir ja mittlerweile, dass das die Einheit ist für unsere dynamische Viskosität. Und entsprechend hier dieses Theta, das ist unsere Temperatur, bei der wir uns befinden. Ich habe jetzt da 20 Grad Celsius angenommen als Basiswert. Ja, ergänzend zu der Rechnung möchte ich euch hier noch eine Excel-Tabelle zeigen, die ich erstellt habe, um die Viskosität, die dynamische Viskosität zu bestimmen in Abhängigkeit von der Viskositätsklasse und der Temperatur und auch, wenn ihr möchtet, der Dichte. Wenn ihr aber davon ausgeht, dass die Dichte immer die 900 Kilogramm pro Kubikmeter ist, dann ist das hier unten, diese ganzen Werte, die sind dann konstant. Das heißt, wenn ihr euch diese Tabelle hier ins Skript schreibt, ähnlich wie bei MG2 beim Thema Schrauben, da hat man die Durchmesser gehabt, die konnte man sich auch ins Skript schreiben. Also wenn ihr euch die ins Skript schreibt, dann spart ihr euch, diese Werte in der Klausur zu berechnen und habt dementsprechend mehr Zeit. Wichtig sind hier eigentlich nur A und B. Das Eta 40 kann man auch noch, muss man aber nicht. A und B sind die, die man ja braucht, um nachher seine dynamische Viskosität zu berechnen, die tatsächlich in der Formel stehen. Genau, und man kann hier entsprechend auch, wenn man das zur Übung dann sich kontrollieren möchte, eine andere Viskositätsklasse eingeben und eine andere Temperatur. Und dann kriegt man hier entsprechend die dynamische Viskosität für diesen Fall berechnet. Man sieht aber auch schon hier unten, ändert sich entsprechend nichts. Also die Viskositätsklasse, klar, das ist dann hier diese Zeile, die man sich angucken muss. Aber die Temperatur ändert eben nichts an den Koeffizienten A und B, sondern das tut nur die Dichte. Wenn ihr hier die Dichte dann verändern würdet, dann verändern sich entsprechend auch hier unten die Werte. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen, zumindest was MG3 betrifft, wird das immer 900 Kilogramm pro Kubikmeter sein. Also gerne ein Skript schreiben. Die Tabelle, diese Excel-Tabelle, findet ihr auf unserer Website auch zum Download. Da könnt ihr dann gerne euch die runterladen und selber hier ein bisschen rumspielen. Vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, wenn ihr möchtet. Gut, kommen wir jetzt zur Aufgabe B. Und da habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir hier die Viskositätstafel in Abhängigkeit von der Temperatur nach Niemann. Und die brauchen wir jetzt entsprechend in der Aufgabe B, weil wir dort grafisch ermitteln sollen, wie die Viskositäten von den verschiedenen Ölen bei verschiedenen Temperaturen sind. Und wir nehmen einfach mal das gleiche Beispiel, was wir oben genommen haben. Also ein ISO-VG von 32 und das ist entsprechend die grün markierte Linie. Die habe ich extra schon im Vorfeld markiert bei 20 Grad Celsius. Das ist also unser Ausgangspunkt. Und wie geht man jetzt hier vor? Naja, also wir starten hier unten bei den 20 Grad, gehen senkrecht nach oben, bis wir entsprechend auf unsere Linie von der ISO-VG 32 treffen und loten dann waagerecht nach links auf die Achse und kommen ungefähr hier aus. Da die Skala der dynamischen Viskosität logarithmisch aufgetragen ist, müssen wir das natürlich berücksichtigen. Und wenn man jetzt hier abschätzt, also in meinem Diagramm ist das jetzt nicht so schön zu sehen, wie es in dem im Skript zu sehen wäre, wenn man es da auch schön mit Lineal abliest. Aber das ist eben entsprechend auch ungefähr ein Wert von 0,8. Und das können wir mal vergleichen, natürlich Pascal-Sekunden, mit dem Wert, den wir rechnerisch ermittelt haben. Das waren hier 0,817. Das kommt also schon im Groben hin. Ist natürlich immer bei der grafischen Variante etwas ungenauer als bei der rechnerischen Methode. Aber im Prinzip, das Vorgehen ist einfach immer hier das Gleiche. Wenn man jetzt hier, ich weiß es jetzt nicht genau, diese Linie könnte die ISO-VG 460 sein. Bitte nagel ich mich nicht darauf fest, ob das jetzt die richtige Linie ist. Wenn wir eben da die dynamische Viskosität bei 70 Grad haben wollten, müssten wir entsprechend bei den 70 Grad starten bis zu dieser Linie. Hochloten. Und von dort aus dann wieder nach links rüber loten. Und dann hätte man hier die dynamische Viskosität von ungefähr 0,05. Keine schöne 5 hier. Aber ich denke, ihr habt das Vorgehen verstanden. Wir können ja auch noch einmal kurz in die Excel-Tabelle reinschauen und gucken, ob das ungefähr passt. Hier für die 460er, die 0,05. Also hier ISO-VG 460. Bei 70 Grad sind jetzt hier 0,07. Dann habe ich wahrscheinlich hier die falsche Linie erwischt. Vielleicht waren wir hier auch erst bei 320. Und dann sehen wir schon, dann kommen wir hier in den richtigen Bereich. Dann habe ich das falsch eingeschätzt. Aber das Vorgehen, denke ich, habe ich jetzt damit gezeigt. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.